Das ist ein Schwein, das ist ein Schwein, es ist ja genug da, hier bitteschön. Guck mal, so kann ich ganz schön vernünftig essen, ne? Wie wird das? So kann ich schön vernünftig essen. Wenn Sie vernünftig essen, ja, wenn Sie hier nicht spazieren gehen. Hier holen wir eben jede Jogte raus, die ist noch nicht satt. Hör auf den Namen zu sagen, bitte. Na, wer ist da abgehauen schon? Der Junge fertig, Jette fertig? Ah, das ist ja gleich noch ein Raum. Und du bist ein Schwein. Als wenn es nicht genug zu essen gibt. Hier, massig. Bist du auch denn nochmal Hüttenkäse probieren? Nemi, wo bist du? Komm her, essen. Dann. Guck mal, wie schön. Was mit euch denn wirklich schon fertig? Hier wird nicht gespielt, hier wird noch gegessen. Hallo, Jette. Jette war auch gut gegessen. Ja, kann ja noch mehr. Da gibt's was. Und du noch ein bisschen, du hast gut gegessen mit Hüttenkäse, ne? Hallo, junger Mann. Jamie. So, Jamie, guck mal. Die macht hier Schweinerei. Oh, das machst du Schweinerei. Ja, aber sowas tut man nicht. Essen alle nochmal, ne? Ja. Ja, aber du bist ein Ferkel. Die sitzt im Essen. Also so ist das ja nun nicht gedacht. Ui, 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 ui. Das musst du lernen. Sowas gehört sich nicht. Ne? Keinen Hunger mehr. Den ist ja gut, aber Spannerei wird dir nicht gemacht. Jamie. Jamie, da. Oder gar nicht. Ganz oder gar nicht hier. Hallo, dann hau ab. Du hast auch fein gegessen. Rot sitzt schon wieder im Essen. Wenn ihr sagt, sei denn, geht weg da. Oh, die auch schon wieder geht spazieren. Das müsst ihr aber noch lernen, ne? Guck mal, hier sind die schönen Sachen. Ne? Jamie, da. Da sind die schönen Sachen. Ich nehm euch das gleich weg. Mhm. Ich nehm es euch weg. Ja, da ist schönes Trinken. Kannst du auch mal machen. Da ist das schöne Trinken. Genau da. Ja. Also, Jamie, jetzt ist aber wirklich genug. Moment, weggeguckt. Hier ist doch noch genug. Komm, du siehst du schon wieder. Vierte. Hm. Sie ist nicht verhaft. Ja, ist fein. Ja, du auch. Ja, du. Kleiner, hast fein gegessen mit Hüttenkäse, ne? Das machtest du sofort gegessen. Dann kommen sie nochmal wieder essen nochmal. Nur ein bisschen durch das Essen laufen. Ah, jetzt war es das, glaube ich, ne? Ich nehm euch das gleich weg. Und hier noch ein Stück und da noch ein Stück. Und das war's, ne? Das war's. Das war's. Oh, Hanschen.